Irgendwie umbenennt? Die Region? Nein. Das Dänemark. Wer ist denn überhaupt ein Regimentscamp? 180, okay. Was ist mein neuer Truppen-Limit? 56, also wenn der eine fertig ist, noch 5 weitere bauen, aber ich könnte... Ja. Hatten die nicht vorher noch ne größere Flotte? Keine Ahnung. Erstmal diese Flotte hier zerschnittern. Angebot für Staatseher aus Norwegen. Ja, okay. Vorüber geht, geht das wohl. Umso vorüber gehen, ja, ja. Okay. Stimmt. Wo ich einen Plus habe, könnte ich ja meine Kolonie-Dings wieder hochstellen. Im Prinzip ja. Ähm, genau. Ich bin gerade nicht im Krieg. Also erstmal hier, äh... Alle Festungen stilllegen. Zack, dann kriege ich mehr Gold. Bam, auch irgendwann bin ich bei Plus 3,9... Ähm... Flottenunterhalt, äh... Armeeunterhalt, Flottenunterhalt ganz weg. Ehh... Ich habe das Falsche gebaut. Für den Regimentscamp bauen. Oh Gott, ich hab Text zu lesen. Oh, ich hab als Mission entfernt Hamburg von der Karte. Hat Hamburg Verbündete. Ich bin immer noch im Krieg mit Oldenburg. Ich glaube, ich ziehe mal eine Truppe dahin. Und für den Fall, dass Hamburg diesen Krieg verliert, kann ich dann hier einmarschieren und, äh, ein wehrloses Hamburg einnehmen. Ha, 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 ha. Auch wenn ich wahrscheinlich dann noch gegen Hessen kämpfen muss. Was hast du denn da gerade für eine Wall of Text gekriegt, die du jetzt lesen musst? Äh, wegen irgendwie so einer komischen Tuse, die jetzt aufgetaucht ist. Erhalte den Stufe 2 Kommandant, äh... Bestellen wir, Bratis kostet 49% weniger. Admiral ist verfügbar. Zählen Prestige. Ja, die Anstellung des Beraters kostet mich 50% weniger. Die Frage ist, wie viel kostet mich das dann? Okay. Also ich mach jetzt ein Plus von 9 pro Runde. Alter. Würde ich auch gerne haben. Und vor allem, ich mach jetzt noch einen Verlust von 3,42 pro Monat, weil ich zu viele Landeinheiten besitze. Aber da ich jetzt Regimentscamper baue und, äh, Regimentscamps baue, die das Truppenlimit noch jeweils erhöhen, hab ich das bald auch komplett ausgeglichen. Okay, das schwedische Freiheitsstreben ist immer noch bei 100. Wie wird das? Ich mag diese Bezeichnungen. Die sind manchmal recht außerdem, je nachdem welches Land man spielt. Naja. Dänisch Pomote. Dänisch Baltikum. Du hast DERP noch gar nicht umbenannt. Was hab ich nicht? DERP noch gar nicht umbenannt. Das heißt, wir haben einen DERP hat. Das hieß aber auch noch DERP, als ich's anitiert habe. Jetzt heißt es DERP hat. Ein Ausrufezeichen. Warte kurz, ein Zeichen ist da weg, so. Mit dem Kreis kam das grad gut. Okay, dann mach ich den Kreis da wieder hin. DERP! Äh, Moment. Können wir bitte 49 irgendwas haben, damit ich England angreifen kann? Boah, ein Jahr noch. Ich mag immer noch meine Provinz Königreich Ösel. Königreich Ösel! Kann ich noch irgendwelche Provinzen unbenennen? Nee. Also ich sag mal so, ich würde Großbritannien gründen, wenn du Skandinavien bist. Dann können wir das bei Zeit machen und dann so BÄM. Ich, äh, ja. Ja, ja, ja. Ich wollte sowieso Skandinavien gründen, aber dazu brauche ich erstmal noch einige Jahre, bis ich die administrative Technologiestufe dafür habe. Ja gut, 20 war das, ne? Ja. 20, oder? 20 hattest du, glaub ich, gesagt. Skandinavische Nation. Ja doch, 20 und das dauert noch ewig. Boah, das dauert ja. Ich weiß nicht, ob ich Großbritannien, das juckt mich schon. So, hab ich schon ein Weiler? Ach, okay. Eines der Gebäude wäre gebaut. Ich kann jetzt 52 Landstruppen unterhalten. Weil ich nur noch darauf, dass das andere Regimentscamp fertig wird, dann kann ich noch mehr unterhalten. Dann brauche ich auch nicht mehr so viele Regimentscamps neu bauen. Doch, wenn ich dann Novgorod oder Schweden annektiert habe, brauche ich noch wieder Camps, die die restlichen Truppen nicht nur dazu bekommen habe. Heuert Freibeuter an. Okay. Okay. Camp gebaut und jetzt bin ich immer noch bei 2. Okay. Warum willst du Freibeuter anheuern? Das bringt doch nichts. Nö, nö. Das geht nur. Akt zur Klosterauflösung. Das bringt mir einfach Steuermodifikator plus 6%. Boah, und was Negatives? Ja, gut. Stabilitätsmodifikator plus 5%. Ja, gut. Dann musst du eben mehr Macht ausgeben, um die Stabilität draufzusetzen. Das Problem ist halt, dass alles, was jetzt schottisch heißt, wird dann britisch heißen. Für mich wäre es noch eine Option, jetzt die Aristokratie und die Einflussideen abzuschließen und dann meine Staatsform zu einer oligarchischen Republik zu machen. Gesundheit. Weil dann kann ich nämlich jedes Mal oder alle paar Jahre, während ich mir einen Herrscher aussuchen, einen von dreien, dann habe ich nicht mehr das Problem, dass ich... Dann kann ich zwar keine Staats-Ebene machen, muss dann aber nicht darauf achten, dass ich immer eine Thronfolge habe, weil alle paar Jahre wird gewählt. Dann kann ich überlegen, behalte ich meinen aktuellen Herrscher? Wie machst du das denn? Wie machst du das denn? Man kriegt immer ein Pop-up, wenn es so weit ist. Okay. Also das ist die eine Option. Dann bekomme ich zwar ein paar negative Sachen, und zwar jetzt habe ich ja gerade, da ich ja eine Monarchie bin, oben Legitimität als Punkt. Das würde dann durch republikanische Tradition oder so ersetzt. Okay, da würde ich dann was von verlieren, wenn ich den aktuellen Herrscher beibehalte. Aber der Herrscher erhält für jede der drei Machtsorten noch einen zusätzlichen Machtpunkt pro Monat. Und das immer wieder, wenn er wieder gewählt wird. Kannst du deinen Herrscher richtig hoch powern, wenn er alt wird. Okay, Polen... ...grüßelt sich gerade mit Pommern. ...Hessen, Magdeburg, Utrecht, Hübert, Friesland, Mantua... Okay. Polen gegen das Reich. Oh, bitte staucht. Bitte staucht Polen nur ein Stück zurück. Wo ist denn Ork-Nager? Was? Ork-Nager. Ich habe einen Anspruch drauf. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Ork... Ach, da oben! Die Insel! Die Insel! Die du eh von mir dann kimmst du, weil ich in Norwegen habe. Ich bin in Norwegen. Okay. Aber ich will noch nicht gegen Norwegen einen Krieg führen. Ich will aber, Moment... Also nicht gegen Norwegen. Du willst aber... Ich wollte schon sagen. Ach, du erklärst England wieder in den Krieg? Eventuell. England komplett ohne Verbündete. Warte kurz, wie viele Armeen haben sie? 7k. Ja, gut. Ich habe 32. Alter! Alter! Du hast gerade den besten Admiral, den besten Anführer, den es auf der Welt gibt. In deinen Reihen. Gottland. Admiral, keine Ahnung, Namen will ich nicht aussprechen. Fernkampf 4, Nahkampf 4, Manöver 3, insgesamt 11. Ja. Die habe ich gerade bekommen, ne? Durch das Pop-Up. Achso. Ach, das war das. Ja, genau. Die Wall of Text. Dann kann ich immer den Krieg steuern erheben, wenn ich im Krieg bin. Ja. So. Tatsache. England, 7k, das ist nichts. Und... Und... Und zwei Flotten. Mal zwei Schiffchen. Jetzt will ich zusehen, wie du sie zerschmetterst und England von der Karte radierst. Hat England doch irgendwo Kolonie? Nein, weil die werden dann eigentlich auch angezeigt. Kolonisiert Trinidad. Trinidad! Und Tobago! Das ist aber in der neuen Welt. Jetzt will ich zusehen. Da komme ich wahrscheinlich noch nicht. Und der Maschiertar, okay. Die Truppen bewegen sich noch nicht von denen. So lange kann sich noch meine Moral erhöhen. Naja. Oh, da unten! Eine Armee hat er da unten stehen. Gerade in Glamorgon ausgebildet. Krieg. Krieg. Okay. Pass auf. Jetzt hier. Achtung. Und jetzt... Rügel! 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 Dann privat. Radium bitte. Danke! Rügel! Rügel! Rügelig! �! Rügel! 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 Gesammeld powiedział! Rügel! Gip zwega! In I'm연. Rügel! Ausgamat! nur ein toter engländer ist ein guter engländer oder so produzieren nach in diesem spiel jetzt die frage macht genau richtig klopft auf einmal war die armee weg ich habe ja eigentlich glaubt dass so ein kleines schlachten fans da waren weil sie das spiele sollten für die kurze schlachten reicht das verbrauchst du kein fenster und auch im überlegen ob ich noch ein paar andere provinzen von mir umbenennen soll und soll ich jetzt meine hauptstadt nach dort nach innen nach ösel verlegen ne ösel hat so scheiße werte ach mein prestige geht so langsam wieder in positive zerstört eine idee investieren patriotische begeisterung armee unterhalten muss weniger gold zahlen für meine armee ich muss diese provinz als eine bevor ich in den west westen kann naja es ist immer so nur noch erst ex auf der einen seite und anschließend noch die zwei provinzen auf der anderen dann hast du es beschafft bürgerkrieg dann ist nur noch die frage ob du auch ganz england jetzt sofort dann zum noch annektieren kannst ja das ist die frage wenn ich dann möchte dass man sie es wahrscheinlich nämlich einfach die region im süden und im osten und ansonsten versuch mal ob es dann eventuell als die wir waren sie ihren kannst dann versuch dann später den wassalen zu annektieren ja ich will ich und war ihr da auch nicht um die dahin bitte na mal schauen auch helfen werden blockiert und merkt mich jetzt gerade ich muss jetzt irgendwie versuchen das dänische hey forman hat einen antwort auf mich fingiert aber egal ok nationalisten wo sind die oh gott 31k are you fucking kidding me nice denn die haben jetzt zum beispiel auch so eine komische flagge irgendwie so aussieht in der oberen hälfte so auch schon für die kanadische flagge und und das andere so vollkommen komisch gerade ja die frage ist wie soll ich gegen die kämpfe 31k die sind fast sie sind eigentlich genauso groß wie meine armee da muss ich ja schon ja was was ist hier gerade los sofrieden das war zu stopp okay pausen ist gerade gut hast lang niederlande oder treuer verbündeter fordert eure unterstützung im krieg und länder schon im halbkrieg gegen burg und österreich britannia und holland nein nicht gegen so viele auf einmal ich bin doch nicht blöd also haben mich trifft immer noch gegen oldenburg ich mache weiter wenn ich jetzt hamburg den krieg erkläre kann ich dann ohne probleme einmarschieren wo ist in oldenburg 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 da oldenburg und ich habe mich nicht mehr als 15k truppen gegen die 6k truppen der hamburgerschef ich lache es erst einmal alter ok du hast england an den eingenommen die flotte wird noch zerstört deswegen will ich gerade Pause danke so schmattere sie soweit es geht eventuell solltest du auch die die provinzen wo ne festung drin ist einnehmen weil ähm dann kannst du schneller die anderen verbliebenen provinzen noch einnehmen im nächsten krieg ich kann nicht mal nur sagen okay england wird massal von mir weil es zu groß ist wahrscheinlich dann äh zerstöckel es noch ein bisschen ich brauche nämlich 127 prozent kriegsfortschritt das wirst du niemals erreichen und das stöckel ist noch schön dann müsstest du eigentlich bis auf so zwei drei provinzen eigentlich alles einnehmen können ja die frage ist ob ich das will was er über denen und so und ich habe ja jetzt schon 31k rebellen im land dann habe ich eine überdehnung von 62 prozent also wie viel administrative macht hast du gerade äh 65 okay ähm ne ich mach das so da wirst du auch nichts mit reißen können was fordern denn deine britischen nationalisten die du da unten gerade in london hast wahrscheinlich gehört dass ich halt nach england provinzen abtrete welche provinzen wären denn die sache moment zack zack okay gut england besteht jetzt größtenteils nur aus wales joa das ist cool so ihr sammelt euch dann mal bitte jetzt willst du die drück schlagen ja am liebsten schon und ich verlor mein kriegsgrund gegen england also du hast mehr truppen oder gleich viele truppen habt ihr ich kann aber neue idee führer kolonial reichweite erhöht ihr habt so wenig die wahlen warum habe ich zu wenig die wahlen england norwegen okay interessant bitte fast naja kommt vorgrund ich habe eine höhere kolonial reichweite jetzt kann ich nein kann ich immer noch nicht kenne ich hier hier in den inseln ich will aber in der karibik das ist auch noch alles nötland kann ich auch nicht machen auch mal nur um minu das über diese nationalisten nach der sicht wird seine truppen sie erst mal kommt erholen lassen doch kappa nein ich ich warte gerade darauf dass ich ein paar mehr reserva okay ich habe wieder ein komplett ausgeglichenes verhältnis vom einheiten damit her das ist gut dann könnte ich ja jetzt in der theorie noch garot annektieren oh das wird eng das wird eng die schlacht aber auch hier der mann ich ja oh weia oh weia das ist mit zu knapp das ist mir viel zu knapp das war aber hier auf netzendrücker ja holy moly aber gg 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 ich bereite dann jetzt alles für eine annektierung von novgorod vor also brauche ich erstmal noch neue regimentscamps plötzlich sofort ohne verluste dann die gruppen von novgorod aufnehmen kann als neue armee in meine reihen so ich will irgendwelche provinzen noch anders benennen aber ich weiß nicht welche und ich weiß nicht wie so läuft doch dafür dass am anfang ziemlich langsam war ja jetzt jetzt geht es einigermaßen voran ja wissen wir natürlich wirklich noch wenn du da als nächstes so richtung britannia gehst britannia einnimmst ja ich will jetzt erstmal england von der karte haben ja ja gut und bote gegen frisland knäge bis zu der ütricht hat pommern und holland als vermied mit pommern ist auch war polen greift auch noch so ein stück richtung nach melden konnten polen leider nicht zurückschlagen schlagen man dürfte gleich geschichte sein hamburg hamburg hat keine verbündeten und es ist friede man gehört zu polen alles klar und buch ist aber ganz schön groß ja haben sie hamburg zurückgestutzt jetzt kurs ich branche auch noch alles wieder brandenburg ist immer noch groß ist es unnötig dass hamburg den krieg so hart verloren hat und eventuell verliert hamburg gleich noch mehr bald mein fucking regentschaftsrat weg ist in vier jahren wenn sie bis dahin kein drohen keine verbündeten haben dann können sie was erleben eine provinz in der karibik haben au karibik ist cool wenn das portugal schon die karibik für sich eingenommen hat und finde ich auch lustig da gibt es auch immer eine errungenschaft no pirates in my caribine du musst die komplette karibik einnehmen mit einem mit sparen mit kastilien oder spanien bin ich hoffe ich gerade so ein bisschen dran musste noch ein paar provinzen einnehmen und danach muss ich nur noch ein Krieg gegen portugal führen weil sie noch andere provinzen erhalten aber gut erobert kaunas entfernt hamburg von der karte um finger ich überhaupt einen anspruch gegen haben durch wenn ich mich auch einfach so machen kann aber gut hamburg hat die kultur niedersächsisch okay kann man mal machen so die eine kolonie von mir ist unabhängig also also ich habe die ich habe die provinz eingeladen so jetzt und haben wir hier raunschweig wird krieg gegen bremen und kriegt auf die fresse auf die fresse auf die fresse hey hey das größte problem was ich im reich einfach nur sehe ist dass österreich auch teil des reichs ist und ziemlich mächtig ist ich muss ja noch armeen hinschicken ja portugal ist schon in südamerika fleißig zugange ja portugal die sind immer ordentlich zugange das einzunehmen neue militärische technologie cool und neun einheiten typen große große kanone ok die rebelle haben sich auch einigermaßen jetzt zusammengerissen aber die rebelle haben sich auch einigermaßen jetzt zusammengerissen also anfang war es mehr wenn ich mal irgendjemand noch frankreich ein bisschen zerstütteln ich gerade nicht sorry ich sprach hier so hauptsächlich jetzt kastilien, aragon, burgund, britannia, savoyen an den kirchenstaat der auch so eine kleine provinz da mitten in frankreich hat echt? ja tatsächlich ja ok warum produziere ich eigentlich mit der lehre wenn ich ein transportschiff brauche ähm wow religiöse unruhen religiöse unabhängigkeit ausrufen Hessens meinung über dänemark hat sich um minus 400 geändert ohhh alter das mache ich doch glatt hessen mag mich nicht mehr ohhh alter ist das mies was james veranhalte dir in dein adel erzählen jam einige mächtiger feinde auch bisschen bürgerkrieg in schottland er hat den bürgerkrieg du hast der katastrophe drohen ja ich bin ich viel spaß dabei eben warten dass man im roll sich gedingst wieso sind jetzt in england wo wollen die denn jetzt hin in der andere provinz von dir